Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung, wir Sachsen als Player nochmal aus den Ursus Addon, denn wir haben am 29. Mai, also schon ein paar Tage her, sorry dafür, ein Update bekommen für das Ursus Addon, die V1.2 und in dieser V1.2 haben wir einen Rundballensammelwagen bekommen, den Ursus T-127. Dieser Rundsammelballenwagen hat eine Labelkapazität von 8 Ballen insgesamt, es können nur Ballen mit einem Durchmesser von 1,20 Meter nehmen, sprich die, die aus dem Ursus Z954 rauskommen, 12 Euro Wohnhaltskosten am Tag, 10.500 Euro einmalige Anschaffungskosten. So, und dann wollen wir uns das Ganze nochmal kurz angucken, beziehungsweise euch kurz zeigen, wie das geht. Einfach kaufen, über die Taste B kommt ihr in den Arbeitsmodus, das ist hier der Transportmodus, also man erkennt schon noch die Parallelen zwischen dem Standardballen-Offsammler und jetzt diesen hier. Dann fahrt ihr einfach mal so sanft und gemütlich an den Ballen dran, zack und er wird dann automatisch aufgehoben, also ihr müsst da nicht mal Präzision zeigen, sondern könnt ganz normal über die, über Tempo mal zwei losfahren, beziehungsweise irgendwie schneller machen, dann müsst ihr wie gesagt das Transportmodus, sonst fällt das Ganze auseinander, also wird halt abgekoppelt. Dann einfach wieder Arbeitsmodus, ranfahren, zack und das Ganze wird dann hier nach hinten geschoben. So, wie gesagt, das Ganze passen, funktioniert insgesamt achtmal. Ich habe jetzt wie gesagt nur drei. Dann einfach, wenn ihr das Ganze entladen wollt, die Taste U drücken, zack, wie halt beim normalen Ballenpacktisch auch. Das Ganze wird dann hier so nach hinten runtergeflutscht und einmal komplett nach oben gekippt. Der Vorteil ist jetzt hier natürlich dran, dass sich somit die Rundballen dreimal schneller aufsammeln lassen, als halt sonst üblich mit diesem ganzen Gabelgedöns. Aber es geht halt auch nur für diese Ursusballen aktuell. Dann einfach nochmal U klicken und die Ballen werden an der Stelle entladen. Gut, das war's mit der kleinen Vorstellung. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein.